Und nun geht jeder in die Ausgangsstellung. Beeilung. Hauen Sie rein. Noch nicht. Sekunde, Sekunde, ich zähle. Und drei, vier. Raus! Sie rücken hierher auf. Habe ich es richtig gemacht, Monsieur Septim? Natürlich, mein lieber Roger. Grinsen Sie nicht. Sehen Sie sich vor. Drei, vier. Beugen, strecken, das Bein und hopp! Drei, vier. Hey! 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 Stopp! Was ist denn plötzlich in euch gefahren? Wir sind hier in Frankreich und nicht in der Sowjetunion. Das dürfen wir nie.